Äh, das Kalonsleip war, okay. Gut. Kalon, Kalon. Hey, du Sack. Du, er hat glattrasierte Glatze. Komm her. Was willst du? Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich. Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Boah, was will ich für eine billige Nutte, ey. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Sagen wir mal nein. Nein. Das sind gefährliche Bestien, die durch die dunklen Minen kriechen und jeden Menschen verspeisen, den sie fassen können. Ihre Zangen enthalten ein ganz besonderes Sekret. Aus diesem Sekret stelle ich ein Elixier her, das uns den spirituellen Weg zum Schläfer zeigt. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist. Nur, dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert. Aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavit. Er wird dir helfen. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo, noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst. Sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts ver... Wir sehen uns. Neke der Schläfer dich erleuchten. Ja, das habe ich dir auch gemacht. Na gut. Alles klar, dann wollen wir doch mal... Ähm... Vielleicht... Ja, vielleicht frage ich mal Frau Thunau, weil mir die Wurst hochkauft, die ich noch habe. Dann werden wir mal einen Zwischenbericht bei Raven abgeben. Ich will handeln. Was willst du haben? Doch, der hat auch kein Erz. Solche Säckel, ey. Dann fangen wir mal den Guru da hinten, der mit den Spruchrollen. Wow, ist ja das. Cool. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ja, der hat aber... Ah, er hat aber Ringe. Könnte ich auch ganz gut gebrauchen. Eine Verteilung... Waffen... Geisteskraft... Ne, ich will mal 400... nicht einfach sein. Nee... Nee... Klar... Ich spie... ... Ichkhasse... Schf... Und... Oh, ich hab... Ich記得 das. Ich hab was... Gucken wir mal, was wir da so von Lebensenergie nehmen, Stärkefokus. Alles klar, so, wenig mehr, äh, rüstung ist auch ganz gut, was passiert. Dankeschön. So, wo geht's jetzt hier nochmal drauf? Da, da, glaub ich. Machen wir sehen. Glaub ich, so. Hier, speichern. Und? Kann schon sein. Lass mal aufwarten. Junge, Junge, Junge. Ich glaub, kaum was geht. Junge, Junge, Junge. Keine Ahnung, was der eine Farbe kann sich auch. In seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich finde das auch nicht, was wir wirklich dachten. Okay, wir hatten das alte Lager. Spring, du, Sack. Schneller. Hier ist echt, äh, so richtig langweilig. Und wie viel Zeit ich das noch... Wie viel... Hier... Ach, wie lange das jetzt hier dauert? Und wie lange das dort noch zu rendern? Das ist grad... Oh Gott. Das Rennen geht mir so auf den Sack. Ich mach das schon... Bei meinem Vater am Computer. Aber... Selbst da dauert das... Äh, dauern... So neun Minuten. Bestimmt... Zwei bis drei Stunden. Oh Junge. Junge, Junge. Blattrasierte... Promovierte... Ja, du weißt schon... Ähm... Ah, ein Skrivenger. Natürlich viele Erfahrungspunkte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab keinen Bock, was einzusammeln. Ah, war die Blutfliege. Könnt ich mir doch mal gönnen. Hey. Warte, ne. Die Teile, die... Will ich halt auch noch zurück. Alles klar. Oh, Wolf, 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 Wolf... Ja... Komm her. Ich mach dich fertig. Oh, Wolf, 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 Wolf. Alles klar. Oh, noch ne Blutfliege. Nein. Verschwert. Los. Das ist halt... So geht das. Oh, was geht da? das war's das war's das ist wirklich nicht mein Problem das ist wirklich nicht mein Problem das ist wirklich nicht mein Problem alles klar, dann geht's jetzt holen ja, ach ja, zwischenrichter geben genau, genau, genau vielleicht können wir auch jetzt ja, das mach ich jetzt, matt erstmal verpugeln